True Gaming, heute spielen wir wieder Township. Wurde im Zug geholfen? Wir haben hier ein Star und... Wurde im Zug geholfen? Ja, ja. Hast du mich selbst geholfen? Nein. Und wir haben auch eine Begriffe bekommen, weil wir die anderen geholfen haben. Wir haben hier eine Begriffe bekommen. Und wir haben heute wieder auf den Tabern, die zu können. Ich habe viele Neues geführt, aber nicht zu können. Und wir haben hier gerade bei uns geholfen. Wir haben uns geholfen, die sich für die Leute zu verholen. Hier Jetzt füllen wir hier auch nochmal alles nachts. So, da würde ich sagen, sammeln wir jetzt hier mal die Ballons ein. Und laden unseren Zug an, der würde uns erhelfen. Dann können wir den unteren Zug auch von den Ballons schieben. Dann nehmen wir auch die Fette rein. So. Wir haben nur zwei. Haben wir im Markt noch so eine? Nein, haben wir nicht. Okay. Im Zoo. Growny. Das sollten wir mal herstellen oder haben wir davon eingenerbt? Naja, haben wir ja recht. So. So. Jetzt haben wir auch keine mehr. Würde ich sagen. Rufen wir noch mal ein paar welche. So. Wir haben jetzt der Ballon. Hm. Wow. So. Warte. So. Da kommen wir jetzt gerade nicht dran. So, genügend Ärzte haben wir aber immer noch nicht. So, Ziel. Hilfen. Helfen. So. T-Shirts brauchen wir gerade wenig. Erdbeeren. Wir haben nicht genügend. So, Kartoffeln und Kartoffelbrot. Kartoffelbrot haben wir keins. Aber ich glaube, ich habe hier... Ne, haben wir auch nicht. Schade. Popcorn oder diese Chips. Haben wir da schon was? Nein. Aber Popcorn habe ich nicht hergestellt. Aber das wird, glaube ich, nicht reichen. Die wollen ja mehr als eins. Ja, die brauchen zwei. Naja, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Wurde es gar nicht angezeigt worden. Das ist neu. Okay. So, ein Brony. Ich hoffe, eine Anfrage rein. Anzug. Wo... Mache ich hier bei den Keksen noch eine rein. Weil den Anzug sollten wir, glaube ich, auch haben. Ja. Soll ich mir am besten mal hier... ...das holen. Und Kekse herstellen. So. Jetzt mal machen wir keinen Milchshake, weil wir brauchen ja... ...Erdbeeren. So. 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 Tomaten. So. 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 Ja, komm. Den bedienen wir. So, Pommes. Pommes. So, und hier? Nein, der hat den nicht. So, was willst du noch? Pommes und ein Mantel. Ja, okay, das müssen wir den auch nochmal herstellen. Da fehlt uns das Ding da. Dieses Wolle-Da-Ding. So, schrecklich immer alles bei. So, dann fangen wir alles wieder an. Und dann gehen wir mal hier hin und stellen ein paar Sachen her. So, Pizza. Sonst mit irgendwas. Diese Chips. Haben wir noch genügend Mais? Nein, haben wir nicht. So, nehmen wir die Milch ab. Aber dann können wir auch nicht. So. Die Stufe 29 haben wir auch bald erreicht. Da kriegen wir dann mehr Schiff. Mehr Schiffe bringen mehr Waren von den Inseln. Aha. Das ist das da. Aber wir müssen eh noch die Marmeladenfabrik bauen. Hier müssen wir dann das Feld nochmal ein bisschen umändern. Hier, das sind die Sachen von den Inseln. Hier sind noch ein paar Dekosachen hier. Haus. Dann diese Gemeinschaftsgebäude. Und den Hafen halt. Und wir müssen auch immer noch Geld sparen, um uns den dritten Zug zu kaufen. Aber das sollte ja nicht so schwer sein. Und hier haben wir auch gleich die Weizenquests fertig. Da würde ich sagen, machen wir die noch. Da warte ich jetzt bis das Weizen fertig ist. So. Die Weizen ist jetzt fertig. Die Quest haben wir auch zu Ende. Die fliegende Belohnung. Ach so. Hm. Und jetzt nicht so der Fan von. Hm. Okay. Dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle den Part. Danke, die halt zugeschaut haben. Und seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Tschüss. Besiktionen ort. Sonst hitchhعت. Das 70 findet behind. Die. Beer Fear. Vielen Dank.